Hallo Kinder! Hallo Kinder! Hallo, wir haben eine Katze. So, Angelina, für dich ein Geschenk. Eine Peppa. Peppa? Ein Baupatroll. Puzzle. Noch eine Peppa. Noch eine Peppa? Zeig mal, Angelina. So, wir haben Peppa. Wer ist das? Ist das Peppa, Alina? Ja, Mitte auch. Und das? Und noch eine. Und dann, was haben wir noch? Was ist das, Angelina? Anna. Anna ist das? Ja. Und das? Ein Paarpuzzle. Ja, und wie heißt sie? Nein, nicht. Es ist Sky. Sky. Sky ist das? Welche magst du am besten, Angelina? Ja. Welche ist schöner? Alles. Welche ist schöner Puzzle? Alles. Alles? Ja. Willst du jetzt bauen? Ja. Das ist auch schön. Okay. Sagst du Tschüss? Nein. Tschüss.